Alter, perfekt. Alter, vier Minuten. Der kommt hier mit Bumsa-U-Booten, der kommt mit allem, was er... Alles, was er an Technologie kriegen kann. Produktion 9. Ja, Sir. Los geht's! Alter, ohne Geld ist die Mission schlecht. Häuser da drüben einzunehmen bringt nichts. Ich sollte mir nämlich was zu dieser Mission sagen. Bringt's nicht. Wenn er mit seinen Kleiderscheiben kommt, macht er euch eh die Häuser wieder leer. Von daher ist es scheißegal. Eins einzunehmen, okay, gut. Einzige... Naja... Oh, Geldtechnisch echt schlecht grad. Auf, gib Gas. Hier mal ein Save, dass ich hier jetzt nichts mehr versau. Was für eine Mission ist denn das jetzt? Ah, die Siebte. Wir zeigen Ihnen, was wir haben lassen. Vorwärts. Uns zureichende Credit. Ach was. Ich hoffe, Sie sind bereit, Commander. Juris trocken Sie dem Anmarsch. Vielleicht schleichen sich einige Einheiten die Temse rauf. Also passen Sie gut auf. Ah, ich hab ja zwei. Ja, das Ding ist ja gesaved. Ja, das Ding ist ja gesaved. Oh Gott, es geht los, oh Scheiße. Einheit bereit. Titten meldet sich. EGS Kreuzer meldet sich. Oh, da hat was vor. Fuck, Alter. Ah, da kommen die ersten. Was sagt der so einfach, Alter? Die Fluppe, die mit dem Scheiß nichts zu tun hat. Oh Gott. Oh Gott. Wir kommen die ersten Krötteln. Navigation über dem Kröter. Gestoppt. Abgetroffen. Aufstellen nicht nötig. Einheit der Stille. Einheit der Stille. Bzwone. Obwohl ich jetzt vielleicht eher einen Erzreiniger brauche. Ah, habe ich Sniper? Ja klar, gerade in der Mission kriege ich natürlich keinen Sniper. Echt, zum Kotzen. Das Gute ist, dass der Anfang der Mission eingeschaltet noch geht. Hö. Bewegen Sie sich darüber, Commander. Der Präsident ist an der Arbeit dran. Einheitsbüffel. Belassen Sie das Parlamentsgebäude nicht in Juris hinzufallen, Commander. Produktion abgeschaltet. Juri greift das Parlamentsgebäude an. Bauen Sie die Verteidigung aus. Produktion neu. Okay, den brauchen wir jetzt innert. Wir haben unseren einnailiges Kreuzer, super. Produktion neu. Ah, geh mal rein. Sicher ist sicher. Oh Gott. Das machen wir jetzt so, als hätte ich kein Geld. Also bitte. Oh, 2, 5 kostet Scheiße. Was war denn das jetzt bitte? Wollen Sie mich jetzt schicken? Du hättest gesehen, ich hab eben ein... Nein. Ey, das gibt's net. Ja, das macht meiner Ege schon. Oh, san. So, viel zu. Ich besetze da drüben ein Gebäude. Ach, scheiß Dreckarschloch, Alter. Ach, alle klappe, Alter. Scheiße, ich bin schon wieder über die 11 Minuten, seh ich grad. Äh, egal, dann mach ich's so, dass ich einen gescheiten Schnitt machen kann hier. Äh. Oh, fuck you. Weg, 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 bevor er mein Schiff kriegt. Bevor er mein Schiff kriegt. Ah, fahr, fahr, fahr. Juri ist, äh, anal hier, ne, nenn ich's dir so gern. Eww. Ehh, da weiß der echt nicht... Alter! Oh, fuck you, Alter. Zack, weg mit. Oh. Äh, so, mehr Geld. Mehr Geld. Boah, jetzt geht's aber los. Gott sei Dank hab ich hier einen Big Ben und das andere Teil, Alter. Lassen Sie das Parlamentsgebäude nicht in Juris in der freien Kommande. Ach was. Keine Angst. Der macht so, als würde es hier grad eng werden. Juri greift das Parlamentsgebäude an. Bauen Sie die Verteidigung aus. Temperatur läuft. Ach was greift er das an. Der Parlament wird angegriffen. Ja, ist jetzt, ist jetzt gut. Entsidentlich da drin. Produktion hat mich. Lassen Sie das Parlamentsgebäude nicht in Juris in der freien Kommande. ZR3-Sammler hat doch da. Lassen Sie das Parlamentsgebäude an. Bauen Sie die Verteidigung aus. Ja, kriegst du auch noch Geld, Mann? ZR3-Sammler hat doch da. ZR3-Sammler hat er da. Ja, jetzt wird es lustig. Jetzt wird es geil. Auf alle Fälle. So, jetzt checken wir uns mal die Map. Den Hode schmettern. Da hat er seinen Bumser-Hafen. Ja, also er hat sich gut in die Stadt verschanzt. Dürft aber trotzdem für uns eigentlich kein Problem sein. Okay, wir kriegen wirklich nur Schrotteinheiten. Die Scheiße können wir alles nicht gebrauchen für die Mission, ehrlich gesagt. Oh, ich habe meinen Hafen verkaufen müssen. Vorhin. Drei Prismas da, zwei da. Da ist eigentlich das. Ein paar Einheiten hier. Ja, das müsste eigentlich lang. Ja, der Aegis-Kreuzer ist schon geil. Wenn man so einen stehen hat, ja. Auf alle Fälle macht's the Dreadnought. Bauen wir mal noch fünf Dürfern. Und dann machen wir diesmal mit See-Attackung weg. Jetzt habe ich ja noch ungefähr sechs Minuten. Dann mache ich hier so einen Mittelschnitt und melde mich, wenn meine Safe-Lot... auf alle Fälle sind die расскöten... Ja, wir haben heute Verse poppatisch. Und dann